Jürgen, tisch und warte mit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge oder voraussichtlich gesehen zur letzten Folge Top YouTuber Ja Leute, warum die letzte Folge, wenn ich ehrlich bin Ihr fragt mich, warum gestern kein Video kam Ich hab mir so schwer getan, einen Top YouTuber zu finden Deswegen ist das voraussichtlich die letzte Folge von Top YouTuber Und da habe ich nochmal einen, ja, der ballert rein Und zwar den lieben Er macht zwar jetzt nicht so viele Videos auf dem Kanal, wie das sonst bei den meisten der Fall ist Aber ich weiß, dass er jetzt so jetzt wieder so langsam mal mit YouTube rein starten will Und er macht echt richtig freshe, aufwendig bearbeitete, lustige Videos Und ja, Leute, hier ein kurzer Ausschnitt von ihm Hey, 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 doch Jetzt riech ich so, hey, hey Okay, nein Nun wisst ihr, seit langem hab ich mir mal wieder gedacht Dass ihr einfach mal wieder eine Runde Skywars auf den GOMMA-HD.net-Server spielt Weil ich ja sonst dieses Bessere zu tun habe Oh, damn Tschüss Naja, lief doch besser als erwartet, ne? Ach, leck mich doch am... Nun, nach meinem letzten Skywars-Video haben sich meine Skills bei weitem noch nicht verbessert Also erwarte ich jetzt hier kein Ultra-Hardcore-Gameplay Weil ich mein, besser bin ich wirklich nicht geworden Aber hey, ich mein, so im Laufe der Zeit Nimm das ganz sicher zu Und wir werden easy Hä, jede Runde gewinnt Also, ich will es nicht angehen, aber Ne, lass mal hier einen kleinen TNT-Boost-Versuch Mal sehen, ob sich GOMMA denn schon mal verbessert hat Oh, oh, Jesus Ne, ey, das ist doch eine Rotte Ich würd sagen, ich bau mich jetzt einfach erstmal zur nächsten Insel Aber diesmal Block für Block, ne? Hä, nicht, dass ich wieder irgendwie runterfalle oder so Hello Is everybody in there? Ja, ich denke, das erklärt alles Also, Leute, abonniert den Pusher Lasst den froren Like schon alles Mögliche da Und, ja, Leute Ich sag jetzt nicht, dass das Projekt für immer gestorben ist Aber schreibt mir mal in die Kommentare Top-YouTuber oder schreibt mir, Leute, die klein sind Und richtig viel Aufmerksamkeit und den Shit und das alles verdient haben Deswegen schreibt mir das in die Kommentare Und dann würd ich immer mal sagen Hab, heut, mach's gut und ciao